hallo meine freunde herzlich willkommen wieder zu happy bar barbecue ich werde euch heute noch mal einen kleinen rückblick geben für alle dies nicht aufs erste fun food and barbecue event geschafft haben oder die vielleicht ein bisschen angst vor dem wetter hatten ich hoffe es macht lust aufs nächste jahr denn dann wird es in die zweite runde gehen wünsche euch ganz viel spaß dabei so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.